Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 850 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.